Einen wunderschönen Da bin ich auch schon wieder euer Odin Und wir sind dabei Einen Hauptmann zu suchen Um da voranzukommen Da ist auch irgendwas drin Ich habe etwas gesehen Ich habe etwas gesehen Oh, die badet, die Olle Na, der will die gründen Vielleicht kann ich der Gesellschaft leisten Hm Schotter! Kampf gegen Ratten. Total. Oh, hier ist was. Zwei, okay. Drei. Okay, okay, okay. Oh, oh. Wie viel stecken die weg? Oh, 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 oh. Oh, oh. Komm, jeder ruft da mit dem Ding. Oh, oh. Schaut der ab, da? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das Feuer ist wohl ganz besonders gut. Oops. Oopsala. ich hätte ja macht gelobt hat der globen tut hat ihr habt ihr selber gesehen wie die mich jetzt gerade der schal stinkt wie muffig aber das frische waschen eigentlich also nicht ganz frisch mit dem alten waschmittel also die tode ich definitiv nicht mehr das wiesig jeder will ich lieber nicht hin dafür bin ich gewappnet heute nicht benutzen bestimmt noch nicht benutzen wenn ich nicht okay kriegt habe ich noch nicht teil der truppe bin weil ich den hauptmann noch nicht getroffen habe wo treibt sich der komische hauptmann rum da will ich auch nicht raus raus ist nicht so toll oh ich habe den hier okay Okay Irgendwo muss er sein Der kann ja nicht weg sein Aber Grafik finde ich Sieht nicht schlecht aus, oder Leute? Also, ich finde es okay Ich finde es schön Oh, was haben wir da? Ich bin Stefan Der Re mi farz, oh lardy Ich warte, ich habe Pst, ehem, ehm, ehm Das ist genug Du da, geh uns Ich bin Re Back, ah, 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 ah Back, ah, 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 ah Back, ah, 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 ah Back, ah, 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 ah Ah, ein frischer Batch Kann doch nicht sein Hier muss doch irgendwo ein Hauptmann sein Der Typ hat gesagt Ich komme da nur, wenn ich mit einem Hauptmann Gesprochen habe, oder? Wenn der Hauptmann das sagt Dann muss ich den suchen Denk mal, dass ich den suchen muss Ist auch zugeschlossen Ist denn hier alles zugeschlossen? Habt ihr so viel Nicht vertrauen, Leute Nicht vertrauen, Leute Aber die Steuerung, muss ich sagen Wenn ich jetzt hier drückt halte Wenn ich jetzt hier drückt halte Das ist gesagt L3 jetzt so Seht ihr das mit dem Dings Passiv L3 Drücke, also den Analog Stick Alle Wächter Das wird noch so ein ganz langweiliger Part So wie es aussieht hier Wo nichts los ist Wo einfach nur geredet wird 3 4 5 6 7 Ich überlege schon jetzt, seit wo der sein könnte, der Hauptmann. Oh, mein guter Mann. 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 Oh, was soll denn hier der Hauptmann sein? Oh, die Truhe. Auch nicht schlecht. Schmuck. Nothing but rubbish. Das war's. Oh, oh. Oh, oh, oh. Der ist vergiftet. Shit. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Uff. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Oh, oh. Oh. Mit Grabstein. Oh, nicht schlecht. Ist hier geil. Kann ich jetzt alleine weiterspüren? Oh. 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 Okay, ich bin tot. Auch nicht schlecht. Das sind weiße Punkte. Da bin ich doch ja nicht reingekommen bei der Ollen. Die badet doch. Aber irgendwo muss ja dieser komische Hauptmann sein. Der kann ja nicht sein, dass der weg ist. Ja, dann würde ich jetzt hier auch mit dem Spielen erstmal aufhören und mal mein Statement dazugeben. Also, ich finde die Grafik, finde ich ganz okay. Also, ich finde gut. Sieht schön aus. Man kann ran zoomen, man kann weg zoomen. Man kann sich den Charakter auch anpassen. Eure Gruppe wurde besiegt. Hauptmenü, okay. Ja, Sound ist auch jetzt, ich höre ja noch Musik und so. Also, finde ich jetzt gut, dass es jetzt nicht so ein nerviger Ton ist, so wie bei vielen Spielen. Und dann, wo du sagst, nach fünf Minuten, boah, kam mir ein Dolch ins Ohr. Ne, das ist hier sehr angenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich auf Dauer machen wird, wenn wir dann sehen. Aber so im ersten Umblick ist es ein sehr angenehmes Spiel. Ein sehr schönes Spiel. Die Steuerung geht auch leicht und flüssig von der Hand. Also, kann man auch nicht meckern. Ja, ich... Also, bis jetzt hat es mir gefallen. Also, ich habe jetzt nichts schlechter gefunden, was mir jetzt sagt. Nö, das spielt jetzt nicht mehr weiter. Oder so. Also, bis jetzt war alles toll. Wir werden jetzt... Ich werde jetzt auf jeden Fall noch weiter spielen und dann mal gucken. Äh... Wenn ihr da noch Fragen habt, wie gesagt, einfach raus damit. Äh, ich werde vielleicht, sobald ich meine bessere Leitung habe, auch dann auf Wunsch vielleicht mal davon einen Livestream machen, dass ihr sehen könnt, wie ich es weiter spiele und ja, vielleicht kann man sich ja dabei ein bisschen unterhalten. Ich würde mich dann bis dahin jetzt erstmal verabschieden. Ahoi! Sagt euer Odin.